Hi, dieses Spiel ist Freeware. Solltest du Geld für dieses Spiel ausgegeben haben, dann wurdest du so richtig beschissen. Geld ist toll! Gaming-Klucks! Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen! Ey, kommen! Zurück zu Vandam ist Random. Ja, wer damit wieder gerechnet ist, ist wieder da, meine Damen und Herren. Und ich werde es auch versuchen, so alle zwei Wochen mal zu bringen. Und wir spielen heute den Ice-Tream-Extreme-Simulator vom lieben Christian der Gaming-Klurks, auch unter ByZump, wie unten links halt auch steht. Und, wo mir vielleicht aufgefallen ist, habe ich ein Intro für Vandam. Und dafür möchte ich mir immer ganz lustig den MyFlashware danken, der dieses Intro für mich gemacht hat. Und, ähm, ich würde sagen, ich starte einfach nur das Spiel. Und Start. Alles klar. Falltassen zum Fahren, A und D zum Bewegen. Alles klar. Okay. Oh Gott. Okay. Wir fahren jetzt einfach mal so ein bisschen umher. Und ich glaube, ich fahre lieber mit der Tastatur, oder? Okay. Falltassen zum Bewegen. Alles klar. Gut, wir müssen den Leuten jetzt also Eis geben. Das können wir immer links und rechts öffnen. Wir haben ja zum Beispiel so ein Zombie. Und, ähm, tatsächlich weiß ich nicht so den Sinn des Spiels. Mir wurde gesagt, okay, du kannst du spielen, kannst du haben, verwendet. Wurde mir von Christian höchstpersönlich selbst vorgeschlagen. Und da sagt man natürlich nicht nein, wenn Christian das einen sagt. Hier habt ihr alle Eis. Eis, 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 Eis. Schönartig bleiben. Ja, machen wir. Kein Ding. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Verdammt, die Steuerung. Oh mein Gott. Ähm, hier, Eis. Eis. Alles klar. Zurück, 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 zurück. Eis, 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 Eis. Und ja, ich möchte Wendem wieder zu dem machen, was das eigentlich sein sollte. Ein Spiel für solche Spiele hier. Also für richtig dumme, eigentlich sinnlose Spiele. Auch wenn das jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber Christian. Aber das ist so, für sowas ist es halt gedacht. Weißt du? Für Indie-Games, für Flash-Games und so weiter. Und genau das werde ich wieder aus Wendem machen. So eine Spiele hier vorzustellen. Um von Hearthstone und dem ganzen Kram einfach mal wegzukommen. Weil das sollte Wendem nie sein. Und das habe ich leider zu dem gemacht. Also deswegen, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Wendem wird jetzt wieder so Indie-Games und so weiter und so weiter und so weiter. Und Flash-Games, weil... Uppsala! Habe ich mal einen fahren lassen hier. Mein Gott. Ist ja gerade einer explodiert von denen, oder? Nein, nein, nein. Ich habe Santa getötet. Oh nein. Schauen Sie sich immer ein bisschen um. Wir müssen also den Leuten einfach hier Eis geben und können dann oben links Punkte sammeln. Wir haben gerade 28 Punkte. Und oben rechts läuft bei uns eine Zeit. Und wenn wir hier zum Beispiel rechts raus machen, dann läuft da die Leiste runter. Wenn wir hier links aufmachen, geht da die Leiste runter. Okay, wir fahren jetzt hier einfach so ein bisschen umher. Und... Ja, wie gesagt. Also Wendem wird das auch wieder öfters kommen. Es soll... Alle zwei Wochen mal kommen. Ein paar... Was ist denn jetzt los? Was passiert jetzt gerade? Muss ich jetzt Zombies füttern? Holy shit. Hallo. Das war Christians Stimme. Hallo. Super Zombies Bonus Zeit. Super Zombies Bonus Zeit. Okay, alles klar. Äh, okay. Okay. Oh Gottes Willen. Nö. Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Komm schon. Kann man irgendwas gewinnen eigentlich? Ah Gott. Ich habe mir aber auf jeden Fall ein Eis gegeben. Ha. Das hat mich gerade irritiert. Damit habe ich nicht gerechnet. So weit habe ich das Spiel noch nicht gespielt. Ah. Oh Gott. Okay. Nimmt. Nimmt das Eis. Nehmt es. Nehmt es. Nehmt es. Nehmt es. Bäm. Gib ihm. Sehr gut. Alles klar. Oh, hier. Hier ist gerade so ein Bäm. Mega Action. Hat der sich hier noch bewegt? Nö, ne? Okay. Okay. Spiel ist aber irgendwie komisch. Es ist jetzt. Es könnte das beste Spiel des Jahres werden. Oder es ist glaube ich sogar geworden. Es war der 2014 entwickelt worden. Hm. 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 Okay. Okay. Du bist schon ein Törtchen. Komm her Törtchen. Wenn ich dich jetzt umfahre. Was passiert dann? Bäm. Hehe. Alles klar. Komm her. Uh. Da vorne. Du. Du willst doch Stress, oder? Ja. Das sehe ich doch genau. So. Gib ihm. Ne. Da war ne. Hydrant. Oh. Ops. Sorry. Sorry. Okay. Zeit läuft ab. Shit. Und jetzt. Eis verteilt. 31. Zombies gekillt. 18. Okay. Ich würde sagen. So. Da sind wir wieder. Tatsächlich. Wenn du auf schnell weg hier drückst. Dann. Ähm. Dann. Kack's ab. So. Ähm. Wir wollen natürlich mehr ausgucken. Cheats. Ähm. Eis. Wagen. Und wir machen mal J zum Springen. Alles klar. Wollen wir loslegen. Oh. Was ist denn jetzt los? Ah. Verstehe. Eis. Weil es wirklich aus Eis ist. So. So. Wir machen mal J. Hui. Oh. 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 Alles klar. Aber. Aber ganz kurz. Kann man hier irgendwie Pause drücken oder so? Hm. Das ist. Alles. Alles klar. Frieren wir die Typen jetzt ein? Das ist ja mal so eine Frage, die ich mir jetzt natürlich mal gerade stellen möchte. Wenn wir jetzt auf die Typen schießen. Wo sind die denn? Wo sind die ganz normale Typen? Wenn wir hier ganz normale Typen haben. Ne? So. Wie zum Beispiel jetzt hier. Frieren wir die denn ein? Ne, die sind auch einfach nur glücklich. Okay. Dann. Sehen wir uns gleich. Wenn wir noch mehr Sheets ausprobieren. So. Schauen wir was wir jetzt machen. Und wir sagen. Weißt du was? Wir machen mal alles an. Außer Ego Perspektive. Alles klar. Komm her. Wir machen mal alles an. Schauen wir mal jetzt um. Uiuiui. Oh Gott. Statt der Giganten sind denn jetzt die große Leute. Ich sehe noch gar keinen. Ich glaube wir müssen besoffen. Hallo. Oh hey. Oh. 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 Ich bin besoffen. Bleib. Bleib. Bleib stehen. Ihr da. Ihr seht. Ihr Eis. Eis. Danke. Ja. Danke. Tschüss. Oh Gott. Center. No. Okay. Alles klar. Fahr mal ein Stück zurück. Ich glaube ich bin ein bisschen betrunken. Aber vollkommen okay. Okay. Ja. Oh Gott. Das sind glaube ich Christians Zeichnungen. Kann das sein? So. Hi. Alles klar? Okay. Hier. Ja. Ich bin schönartig. Und springen. Wuuu. Aua. Stell dich hin. Stell dich hin. Okay. Sehr gut. Ja. Ich fahre mal um. Ich bin mit trunkenen Eiswagen. Wo ist McQueen? Ich fahre mit ihm ein Rennen. Scheiß Rennautos. Ich fahre die Rutsche jetzt hier hoch. Oder auch nicht. Ich mache ein Salto. Wo auch immer ich gerade bin. Wo bin ich hier? Lieg auf dem Dach. Mayday. 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 Okay. Das hat ja nicht so funktioniert. Dann machen wir jetzt einfach mal Ego Perspektive. Statt der Giganten. Und J zum Springen. So. Oh Gott. Ego. Ego Perspektive. Alles klar. Na 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 na. Ich bin Eismann. 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 Kommt mit dem Eisweiler. Skande Eismann. Tö 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 tö. Hallo. Ja. Alles klar? Nee. Hallo. Ihr da. Ihr wart auch Eis, oder? Eis. Eis. Ich hab Eis für euch. Mehr Eis. Mehr Eis. Okay. Aber meine lieben Freunde. Ich würde einfach mal sagen. Oh my god. Nee. Ich würde auch mal sagen. Ich hab damit alles von diesem Spiel gezeigt. Ist ein kurzer Random. Also das heißt kurz. Es ist ein Random Part, so wie er mir gefällt. Schön kurz. Na geh ich ein Spiel gezeigt. Bam. Gib ihm. Alles klar. Das hier ist Freeware. Ich frag mal Christian, ob ich hier für den Link habe eigentlich. Oder wo ich mir zum Runter geladen habe. Wenn er für den Link hat, dann könnt ihr es runterladen. Und wenn nicht, dann tut mir das leid. Aber ich denke mal, dass ihr es im Runterladen könnt bestimmen. Es ist immerhin Freeware, hat er ja gesagt. Also mein lieben Freunde. Ich hoffe, der Random Part hat euch gefallen. Wir sehen es beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Vandome ist Vandome. Vandome ist Vandome. So. Haut rein. Besser hin. Tschö, tschö. Spielplatz.